Schönen guten Tag! Die gute Xayah ist bereits ein sehr, sehr beliebter ADC. Aktuell ist es auch so, dass sie zwei verschiedene Item-Builds vertritt, und zwar die Version mit Blade of Druid-King und die mit dem Essence Reaver. Tja, und heute wollen wir diese beiden Builds so ein kleines bisschen vergleichen. Der Fokus dieses Videos wird auch hauptsächlich auf diesen beiden Items liegen, denn die restlichen Gegenstände, in die sich Xayah gönnt, sind eigentlich sehr identisch. Das heißt, das Runans ist sehr beliebt, auch ein Infinity-Edge wird gegen Late Game aufgesucht. Das heißt, der größte Unterschied wird die Utility sein und natürlich die AD-Verwertung, die Xayah mitbringt. Das heißt, Xayah ist ein absolutes Damage-Monster. Sie ist ja quasi Kalista 2.0 und bringt auch sehr viele Bonus-AD-Scalings mit. Das heißt, das Keyword 1 und natürlich auch das Rausziehen der Federn ist mit einem Bonus-AD-Scaling gesegnet. Das heißt, je mehr Schadens-Items du dir holst, desto besser. Auf der anderen Seite heißt das auch, wenn du mehr Crit gehst, also Hunan, Phantom Dancer oder so, da könnte der Schaden ein kleines bisschen niedrig sein. Gut, beginnen wir zunächst mit dem Blade-Build. Blade of Druid-King ist einfach gerade super stark, okay? Das heißt, es gibt einen soliden Wert an AD, an Attack-Speed, Utility, Sustain, das ist alles da drinnen, okay? Blade of Druid-King holt sich einfach jede Sau. Es ist also definitiv berechtigt und stärkt diesen Champion. Und bezogen auf die Verwertung sind 40 AD jetzt nicht schlecht. Wenn wir jetzt aber einen Blick auf den Essence-Reaver werfen und auf den Weg dahin, dann können wir einige Vorteile und Nachteile entdecken. Das heißt, der Vorteil ist natürlich, dass du deutlich mehr AD hast, okay? Der Essence-Reaver gibt einfach mehr und du hast eine höhere Crit-Chance. Also du kriegst ja 20% vor Freight. Diese Crit-Chance ist auch sehr, sehr speziell bei Xayah, denn sie kann das verwerten. Das bedeutet, ihr E-Spell, wo sie die Federn rauszieht, skaliert nicht nur mit Bonus-AD, sondern auch mit Crit. Der Schaden erhöht sich um 0,5% für jedes Prozent Crit-Chance, was du hast. Das bedeutet, bei 100% Crit macht dieser Spell 50% mehr Schaden. Und hierbei muss man erwähnen, dass jede Feder von Xayah Schaden macht. Deshalb ist auch ihr Potenzial so groß. Jede weitere Federmacht war 10% weniger, aber das sind nur 10% weniger. Das ist immer noch ein erstaunlich hoher Basiswert, okay? Das heißt, der Essence-Reaver steigert diesen Spell auf zwei Art und Weisen. Und synergiert natürlich später mit weiteren Items. Das Blade of the Ruined King auf der anderen Seite hat natürlich auch Synergien. Es synergiert wunderbar mit Attack-Speed und es kriegt sehr über den W-Spell ebenfalls dazu. Und mit dem Rune 1 kann sie die Passive über drei Leute verteilen. Auch nicht schlecht. Einige übertreiben sogar und spielen sie mit Black Cleaver. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Der Essence-Reaver bietet aber einen essentiellen Vorteil, den ihr immer bedenken solltet. Es ist zwar ein Gegenstand, der wirklich sehr teuer ist, der auch keinen richtigen Power-Spike hat, okay? Blade of the Ruined King hat einen gewaltigen Power-Spike, allein schon mit dem Cutlass. Der Essence-Reaver dagegen ist auf das pure Late-Game ausgerichtet. Das bedeutet nicht nur, dass deine Crit-Chance mit diesem Build deutlich höher ist, sondern du kriegst verdammt viel Cooldown-Reduction und Mana-Regeneration. Und dieser Punkt, meine Damen und Herren, ist insane wichtig. Denn es gilt als ADC-Modierentscheidung zu treffen, wie ist mein Team aufgebaut und gegen was spiele ich. Denn wenn man gegen sehr weiche Gegner spielt, ist das Blade of the Ruined King nicht so stark und Crit umso besser. Und bei der Historie des Spielers sieht man das auch. Das heißt, das Crit-Bild ist nicht nur spieleabhängig und deren Präferenzen, sondern wenn der Gegner nur weiche Ziele hat, ja, der Crit ist die aus dem Leben. Ein Crit-Item-Build ist im Late-Game immer besser als alle anderen Alternativen. Natürlich mit dem harten Verzicht auf Lifestyle. Aber das kann man kompensieren. Denn Xayah skaliert insane mit Spells, okay? Denn nicht nur, dass die Fähigkeiten an sich viel Schaden machen, sondern ihre Passive ist quasi, jedes Mal, wenn ihr einen Spell macht, bekommt ihr Federn. Und diese Federn-verstärkten Autotech sind ridiculous. Denn auf der einen Seite macht man damit Flächenschaden, das heißt, das Hauptziel kriegt 100% und der Rest kriegt 50% des Schadens, sondern du bereitest ja auch dein E-Spell wunderbar vor. Dieser Spell ist nämlich Beyond Broken, okay? Es ist nicht nur ein Hardcore-Damage-Tool, fast schon Assassination, sondern auch ein CC. Und je mehr Federn, desto besser. Das heißt, Blade of the Ruined King Xayahs kämpfen mit Mana-Problemen. Die hätten gern mehr Utility. Der Essence Reaver löst das Problem auf doppelte Art und Weise. Erstens kriegst du durch die Passive super viel Mana wieder. Und zweitens hast du super viel Cooldown-Reduction. Diese Version spammt dir die Seele weg und verteilt Federn über die ganze Karte. Das heißt, es ist nicht nur eins fürs Q, sondern nach jedem Spell kriegst du ja drei Federn-verstärkte Autotechs. Bam, 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 bam. Das heißt, das Essence Reaver Build hat nicht nur eine Existenzberechtigung, sondern ist im Late Game ridikolos. Es ist einfach insane. Und jetzt kommt der abschließende Punkt. Wenn du sicher spielen willst und vielleicht sogar in der Lane Probleme hast, geh Blade of the Ruined King. Es ist die stabilste Art und Weise und du kannst später trotzdem noch auf Crit gehen. Wenn du aber sicher bist, dass du die Lane gewinnst und aufs absolute Late Game hinaus willst und vielleicht sogar noch weiche Gegner gegen dich hast, geh Crit und vernichte sie komplett. Beide Item-Build-Versionen bieten sehr viel Utility. Das Late Game gerade gegen weiche Gegner ist aber über den Essence Reaver absolut gesichert. Und wenn ihr euch unsicher fühlt, könnt ihr immer Blade of the Ruined King spielen. Das ist kein Problem. Und gut, im Prinzip war's das schon. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten Tag. Haut rein und viel Spaß beim Ranked.